Bekleidungseinkäufe In einem großen Kaufhaus Verkäuferin. Guten Morgen. Kann ich Sie bedienen, gnädige Frau Kundin. Guten Morgen. Ich möchte für mich ein Kleid kaufe in Verkäuferin. Welche Größe tragen Sie Kundin? Größe Nummer 44. Verkäuferin. Wünschen Sie ein einfaches Kleid Kundin. Sie bringt verschiedene Kleider Kundin. Das Kleid mit dem U-Kragen gefällt mir. Verkäuferin. Es ist sehr hübsch, gnädige Frau. Kundin. Kann ich es probieren, Verkäuferin? Ja, natürlich. Die Probezimmer sind auf dieser Seite, gnädige Frau. Kundin. Der Rock ist zu lang, die Arme sind etwas kurz. Verkäuferin. Wir können die nötigen Änderungen machen. Dieses Kleid zeigt Sie sehr ill. Kundin. Sind die Änderungen im Preis inbegriffen Verkäuferin? Jawohl, gnädige Frau Kundin. Ist es waschbar, Verkäuferin? Ja, natürlich, gnädige Frau. Es ist reine Wolle. Nur, waschen Sie es vorsichtig mit warmem Wasser. Kundin. Was ist der Preis, Verkäuferin? 150 Mark. Kundin. Dankeschön. Ich werde es kaufen. Ein junges Mädchen kommt in das Geschäft. Vera. Ich möchte eine Bluse. Verkäuferin. Welchen Stoff lieben Sie mehr? Wir haben Blusen aus Baumwolle, Darkron und Seide. Vera. Ich möchte eine dunkelblaue gemusterte Seidenbluse. Die Verkäuferin zeigt ihr einige Blusen. Vera. Das ist nicht ganz, was ich suche. Ich möchte eine längere Bluse mit einem Gürtel. Verkäuferin. Ich werde Ihnen verschiedene Modelle zeigen. Vera. Ja, sie gefällt mir. Ist sie reine Seide-Verkäuferin? Jawohl, gnädiges Fräulein. Sie ist reine Seide. Sie ist etwas teurer als die andere, aber ihre Qualität ist besser. Es ist ein Einzelstück. Vera. Was kostet sie Verkäuferin? Sie kostet 100 Mark. Vera. Ist sie Waschbarverkäuferin? Nein, sie braucht Trockenreinigung. Vera. Kann ich sie anprobieren? Verkäuferin. Ja, natürlich. Vera. Sie passt mir sehr gut. Ich werde sie nehmen. Herr X. Wo ist Ihre Herrenabteilung Diener? Im zweiten Stock. Mein Herr. Verkäufer. Kann ich sie bedienen? Mein Herr. Herr X. Können Sie mir die Mäntel aus dem Ausverkauf zeigen? Verkäufer. Kommen Sie bitte hierher. Welche Größe tragen Sie? Herr X. Größe 52. Bitte. Er zieht den Mantel an Verkäufer. Sitzt er gut auf Ihnen? Mein Herr. Herr X. Die Schultern sind sehr eng. Haben Sie den gleichen Mantel in einer größeren Nummer Verkäufer? Nein, leider nicht. Es ist das letzte Stück. Kann ich Ihnen etwas anderes verkaufen, Herr X? Ich möchte ein Paar Schuhe Nummer 41 Verkäufer. Möchten Sie Wildleder oder Lederschuhe? Herr X. Hellbraunes Wildleder mit dünner Gummisohle. Bitte. Er zieht die Schuhe an Verkäufer. Sind Sie bequem, mein Herr. Herr X. Ja, Sie sind bequem. Was ist der Preis Verkäufer? 120 Mark. Herr X. Nehmen Sie Checkzahlung an Verkäufer. Jawohl. Herr X. Dann werde ich mit einem Scheck zahlen. Verkäufer. Dankeschön, mein Herr. Auf Wiedersehen. buddies. Verkäufer. Ich glaube, es ist der coherente WAL. Verkäufer. Ab WL, verkäufer. looking atop. Untertitelung des ZDF, 2020